Hi, ich bin der Alex von Original Parts. Ich möchte euch heute unser neues Produkt, die magnetische Kühlschrankfront, vorstellen. Man kennt es aus dem Urlaub, man hat immer Dinge rumfahren wie Tickets oder Postkarten oder einen Platzplan vom Campingplatz und man weiß nicht, wo man es hin tun soll und dann liegt es irgendwo im Wohnmobil rum. Deshalb haben wir uns gedacht, wir haben hier so eine schöne große Front, warum kann man die nicht nutzen und die magnetisch machen und dann kann man hier die ganzen Sachen einfach hinpinnen und alles ist aufgeräumt. Der Ausbau der Tür ist denkbar einfach, man braucht da wirklich nur einen Schlitzschraubenzieher, das ist in wenigen Sekunden passiert. Man fährt hier oben rein, da ist eine Feder dran, wo man mit dem Schlitzschraubenzieher einfach dahinter muss, drückt die einmal nach unten und schon hat man die ganze Tür in der Hand und fertig. Der Einbau von der Folie dann ist in der Anleitung, die beilegt, super, wirklich super easy erklärt. Das ist unten eine Klappe, die man aufmachen, man schiebt diese Platte raus, schiebt die neue Platte rein und fertig. So, jetzt haben wir hier die farblich zum Fahrzeug passende Magnetfolie drin und können die Tür genauso einfach wieder einhängen und schon ist die ganze Sache erledigt. Mit den Magneten, die im Lieferumfang dabei sind, sind zehn Stück dabei, kann man jetzt seine ganze Zettelwirtschaft einfach hier schön anpinnen und alles ist an Ort und Stelle und immer schön aufgeräumt. Und es fährt nichts mehr im Wohnmobil rum, man hat sich wirklich einen schönen Platz dafür geschaffen und kann für denkbar viele Sachen nutzen. Hier sehen wir jetzt den Lieferumfang, das besteht eben aus der Magnetfolie, bereits auf die passende Platte aufgeklebt, den Zehner-Set der Magnete und die Anleitung.